Wir kommen zum nächsten Teil der VenusOS Einrichtungsreihe. Heute wollen wir uns mal näher mit Node-RED beschäftigen, was es da für Möglichkeiten gibt mit den integrierten Venus-Nodes, um eben das System auf der einen Seite steuern zu können und auf der anderen Seite Statusinformationen abrufen zu können, die wir dann eben auch entsprechend extern weiterverarbeiten können. Die Möglichkeiten sind super, super vielfältig. Ich möchte euch einfach mal ein, zwei Cases zeigen, um einfach mal zu demonstrieren, was alles möglich ist. Konkret wollen wir uns mal auslesen, wie viele Phasen des Netzes aktuell anliegen. Da könnte man sich dann beispielsweise eine Push-Mitteilung schicken lassen, wenn ein oder mehrere Phasen ausgefallen sind. Wir wollen die MultiPlus steuern über den externen Modus. Das heißt, wir wollen die MultiPlus dazu bewegen, ins Netz einzuspeisen bzw. aus dem Netz Energie aufzunehmen in die Batterie. Und wir wollen die MultiPlus auch einmal komplett ein- und ausschalten über Befehle. Das hat den Hintergrund, im Winter hat man eh keinen PV-Überschuss. Und wenn beispielsweise die Batterie unter 10% State-of-Charge fällt und wir keine Lastung mehr haben vom PV-Inverter, macht es unter Umständen Sinn, einfach die MultiPlus auszuschalten. Vorausgesetzt natürlich, man hat keine Lasten an AC-Out dran. Vorangegangenen Videos habt ihr ja gesehen, ich habe mein Haus an AC-Out angeschlossen. Das habe ich jetzt für diesen Test sozusagen einmal geändert, denn ich habe ja einen zentralen Umschalter eingebaut bei mir im Schaltschrank, wo ich zwischen Netzbetrieb bzw. ESS-Betrieb umschalten kann. Dazu gibt es in meinem Blog auch mehrere Inhalte. Guckt euch das einfach an, das ist bis ins Detail beschrieben, da möchte ich an der Stelle nicht drauf eingehen. Jetzt ist es einfach so, ich habe den Umschalter auf Netzbetrieb geschaltet. Das heißt, mein Haus ist nicht mehr Notstrom bzw. Ersatzstrom versorgt. Und entsprechend muss ich auch noch eine kleine Einstellung jetzt vornehmen, damit die Visualisierung wieder stimmt in Windows OS. Also wir locken uns wieder per SSH in mein System ein und wir gehen wieder in diese Config-Datei für dieses MQTT-PV-Dingens. Und hier unten konnten wir einstellen, an welcher Stelle der PV-Inverter ist. Hier hatte ich 1 eingetragen und jetzt hier bei meinen Tests habe ich es auch schon umgestellt, dass es stimmt. Das heißt, hier habe ich es auf 0 eingetragen, dass es eben an AC-Out ist. Ich habe das Ganze gespeichert mit STRG-O, STRG-X geschlossen und dann entsprechend über Reboot das System neu gestartet. Und dann sehen wir einfach die Visualisierung, so wie es jetzt hier ist. Der PV-Inverter, der gibt gerade richtig Gas, die Sonne scheint ultra krass. Der Speicher lädt und auf Grid-Seite versucht, das ganze ESS-System auf 0 Watt auszuregeln. Und wir sehen an der Stelle die MultiPlus, da hier steht External Control. Das stimmt an der Stelle nicht. Eigentlich ist es eingestellt auf Optimized Without Battery Life. Hier scheint es so, wenn man diesen ESS-Modus hin und her stellt, stimmt die Visualisierung an der Stelle einfach nicht. Also scheint ein Bug zu sein in Windows OS. Denn wir können mal reingehen in das System an sich. Wir gehen auf Einstellungen, auf Settings und wir gehen auf ESS. Da war das Ganze eingetragen. Und hier sehen wir den Modus Optimized With Battery Life. Und ja, entsprechend stimmt die Visualisierung dann eben nicht an der Stelle. Aber sei es drum. Wir wissen, es ist Optimized Without Battery Life. Und jetzt springen wir mal direkt in Node Red rein. Denn da habe ich ein paar Sachen vorbereitet, um euch einfach zu zeigen, wie wir das System über die Venus Nodes eben ansteuern können. Hier die oberen Beispiele, die solltet ihr erkennen von den vorangegangenen Videos. Und hier habe ich ein paar Sachen noch hinzugefügt. Wenn wir hier drüben in das Menü reingehen, beziehungsweise uns das Menü anschauen, können wir ein bisschen runter scrollen. Und hier sehen wir diese Victron Energy Nodes. Hier haben wir super, super viele Einheiten zur Verfügung, die wir zwar nicht alle nutzen können, aber einige davon. Und die haben es dann wirklich in sich. Alle Nodes, alle Einträge, die hier drinnen sind, mit so einem Bubble auf der rechten Seite, das sind sozusagen Inputs. Wenn wir die reinziehen, dann können wir da ordentliche Sensorwerte aus dem Venus OS System abgreifen und entsprechend weiterverarbeiten. Hier haben wir eine ganz schön große Auswahl insgesamt, was Inputs angeht. Und hier haben wir Outputs auf der anderen Seite. Das heißt, der Bubble ist links. Das heißt, da wird hier ein Input erwartet, der durch dieses Element eben an Venus OS weitergereicht wird. Kommen wir erstmal zur Sensor-Seite, um uns einfach mal Informationen aus dem System abzurufen. Also hier in dem Fall, was ist das für ein Element? Ein System-Element. Also wir gucken einfach mal hier rein, ob wir das hier auch finden. Man kann hier oben auch einfach mal System eingeben und dann wird die Auswahl entsprechend eingeschränkt. Und das war einfach dieses Element. Das habe ich hier reingezogen. Und wenn man da draufklickt, muss man das entsprechend noch konfigurieren. Das heißt, das System kann man in dem Fall nur Venus System auswählen. Das ist vorausgewählt. Und bei Measurement haben wir super, super viele Einträge. Und hier habe ich mir einfach mal rausgesucht, Grid Number of Phases. Das war die Geschichte. Dass wir uns eben anzeigen lassen können, wie viele Phasen aktuell im Betrieb sind. Dieses Element habe ich hier schon mal vorbereitet. Das heißt, dieses Element lösche ich hier direkt mal raus. Und das kümmert uns jetzt vielleicht erstmal noch gar nicht. Das klammern wir einfach nochmal aus. Schieben es mal nach oben. Verbinden das Ganze hier mit dieser Funktion. Hier geht der Message Payload einfach rein und wird entsprechend über ein Statuselement visualisiert, dass wir hier eben eine 3 unten stehen haben. Gehen wir auf Übernehmen. Und dieses Element bekommt jetzt in regelmäßigen Abständen von, wie nur so ist, die Information zugespielt. Wir packen hier mal eine Debug-Node rein. Schließen die hier an. Klicken wieder auf Übernehmen. Klicken hier oben wieder auf diesen Bug. Und dann sehen wir, in welchem Rhythmus sozusagen diese Messwerte eingehen. Eine 3 kommt an von diesem Element. Und die Debug-Node, die visualisiert uns das Ganze jetzt hier. Und es müsste, glaube ich, alle 5 Sekunden dauern. Dann kommt wieder der nächste Messwert. Jetzt ist es so, wenn wir das beispielsweise nutzen wollen würden, um uns eine Push-Mitteilung zu schicken, wenn eben eine Phase oder mindestens eine Phase ausgefallen ist, dann wollen wir nicht alle 5 Sekunden diese Benachrichtigung haben. Und dann können wir an dem Fall einfach ein bisschen mitspielen. Und zwar können wir dann hier beispielsweise sagen, jo, dieser Messwert, der jetzt eingeht, der soll maximal alle 30 Sekunden übertragen werden. Wobei im Falle von einer Push-Mitteilung macht es vielleicht Sinn, nur alle 30 Minuten, dass man nicht eben 5-sekündig, beziehungsweise jetzt hier, wie eingestellt war, 30-sekündig eben die Nachricht bekommt. Also hier können wir quasi manipulieren, wie oft dieser Wert, der eingeht, wieder hin rauskommen soll, um entsprechend weiterverarbeitet werden zu können. Hier an der Stelle stellen wir es einfach mal auf, ja, keine Ahnung, 10 Sekunden. Das soll jetzt, wie gesagt, nur einmal ein Beispiel sein. Und bei meinem Test habe ich festgestellt, wenn das System gerade neu startet und die MultiPlus noch nicht erkannt wurden, dann kommt hier nur Crapper raus aus diesem Element, nämlich einen Nullwert. Und dann kriegt man hier immer Fehlermeldungen, wenn man das Ganze analysieren möchte. Und um dem Ganzen Rechnung zu tragen, habe ich hier eine weitere Funktion gebaut, die wir an der Stelle einfach mal reinziehen. Und da ist einfach eine kleine If-Funktion drinnen. Wenn das, was da rauskommt, ein Null ist, dann soll er das Ganze umformatieren auf eine Null und entsprechend ausgeben. Und wenn diese Funktion nicht greift, dann wird einfach die Message auf Ausgangsseite wieder übertragen und ansonsten wird eben eine Null draus gemacht. Das ist hier dieses Filter-Element, was hier oben ist. Das habe ich einfach entsprechend genannt mit Blocked Duplicates 1. Hier kann man eben eintragen, dass nur bestimmte Wertänderungen ab einer bestimmten Größe durchgehen sollen. Und zusätzlich könnten wir uns beispielsweise noch die Werte abholen, wie es auf Netzübergangsseite eben ausschaut. Das heißt, wir klicken hier drauf. Das ist wieder das Winosystem. Und hier habe ich jetzt einfach mal beispielsweise ausgewählt Grid L1, L2, L3. Und das müssten analog sein, die Werte, die hier eingetragen sind. Wir springen mal hier zurück in unser Menü. Die Werte, die jetzt hier eingetragen werden, entsprechen eben diesen Werten. Und dann könnte man die an der Stelle dann auch wieder weiterverarbeiten oder auch an externe Systeme weiterreichen, wie in meinem Fall eben an Luxon. Und dann nochmal ein wichtiges Element, was ich bei mir extern auch verwende zur Auswertung. Das hat nämlich mit dem AC-Input zu tun. Hier bekommt man verschiedene Werte bei raus, die mir eben sagen, ob die Grid verbunden ist oder nicht. Diesen Wert greife ich entsprechend auch ab und kann ihn dann weiterverarbeiten. Diesen ganzen Flow bzw. die ganzen Nodes, die ihr hier seht, die stelle ich euch natürlich auch im verlinkten Blogpost zum Download bereit, dass ihr selber damit rumspielen könnt. Das sollen jetzt mal die Beispiele gewesen sein auf der Input-Seite, die ich besonders spannend finde jetzt an dieser Stelle. Man könnte sich natürlich noch, was die Batteriewerte angeht, die verschiedenen Zellspannungen rausholen und so weiter und so fort. Und wenn die Differenz der Zellspannungen einen bestimmten Wert überschreitet, auch eine Push-Mitteilung verschicken oder, oder, oder. Oder man könnte dann eben auch beispielsweise die MultiPlus ausschalten, um einfach in so einen Safe-State zu gehen. Aber wir robben uns einfach mal voran, denn wir wollen als erstes mal die MultiPlus händisch steuern. Und um das machen zu können, müssen wir den ESS-Mode auf 3 ändern. Das ist dann der External-Mode hier. Hier ist es so, ich habe einfach hier diese Node reingezogen. Das waren Venus-Settings, also wenn wir mal runtergehen, welches Element war das? Settings-Control müsste das gewesen sein. Und da habe ich dann entsprechend ausgewählt, ich möchte den ESS-Mode beeinflussen. Wir sagen an der Stelle aber, wir wollen ja kein Initial-Value haben. Und hier vorne habe ich einfach so eine In-Check-Node reingezogen. Die habe ich dann entsprechend bearbeitet, also den Topic habe ich weggemacht. Und Message-Payload habe ich einfach gesagt, ich möchte eine Nummer übertragen. Und in dem Fall beispielsweise einfach eine 2. Und dann könnte ich das hier anschließen und dann entsprechend eine 2 übertragen. Und hier habe ich das gleiche gemacht, nur habe ich eben entsprechend nochmal die Bezeichnung eingefügt, dass ich eben weiß, was hinter der 2 steht. In dem Fall Optimized Without Battery Life. So. Und einmal eben die External-Control, dass wir selbst die Steuerung vornehmen können. So, wir gehen hier mal rein. Wir gehen ins Menü rein, dass wir das Ganze uns mal live anschauen können. Wir gehen unter Settings, wir gehen wieder auf ESS. Und hier sehen wir aktuell steht es eben auf dem Modus 2 Optimized Without Battery Life. Und wir klicken hier einfach mal auf External-Control und das Ganze springt auf External-Control um. Und wir können das eben mit unseren eigenen Befehlen so triggern, um die MultiPlus so zu steuern, wie wir das gerade gerne haben möchten. Wir können auch mal nochmal zurückspringen auf With Battery Life. Das heißt, hier kann man lustig hin und her springen. Wir lassen es jetzt einfach mal auf External-Control. springen wieder in unsere Übersichts-Grafik rein. Jetzt sollten die MultiPlus langsam aufhören, die Batterie zu laden. Und die verfügbare Leistung, die vom PV-Inverter kommt, müsste eigentlich ins Netz eingespeist werden. Es dauert in dem Moment eben einen kleinen Augenblick, bis die MultiPlus keine Steuerinformationen mehr bekommen und entsprechend runter regeln. So, jetzt sehen wir, die MultiPlus regeln schon runter und die Batterie kriegt auch keinen Saft mehr. Das heißt, der Überschuss, der jetzt von der PV-Anlage produziert wird, landet jetzt im Netz und das Haus ist eben weiterhin versorgt. Eigentlich müsste jetzt hier External-Control stehen, aber ja gut, wie gesagt, scheint hier irgendwie darstellungsmäßig einen Bug zu geben. So, und dann gibt es eben weitere Output-Elemente, in dem Fall, was den MultiPlus betrifft. Wir gucken nochmal runter, welches Element das war. Also hier haben wir ESS-Control, das ziehen wir hier mal rein. Hier haben wir den MultiPlus und hier können wir dann entsprechend die Werte eintragen. Das ist genau dieses Element hier. Schmeißen wir wieder weg, denn wir haben es ja schon da. Ich disconnecte mal kurz das, damit man versteht, worum es geht. Ich schließe nun mal die drei Werte an der ersten Phase an. Klingt nochmal auf Speichern. Und jetzt sagen wir einfach mal, wir stellen den Wert auf minus 1000 und gucken mal, was passiert. Der MultiPlus müsste die Batterie entsprechend entladen und wir sehen, die Leistung hier von der Batterie geht entsprechend hoch über den Inverter und werden dann entsprechend noch eingespeist. In dem Fall macht es natürlich keinen Sinn. Wir wollen jetzt nicht einspeisen, wir wollen die Batterie natürlich entsprechend laden. Das heißt, wir schließen die 1000 lieber mal hier an, an allen drei Phasen und pumpen pro Phase 1000 Watt in die Batterie rein. Gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. Das heißt, jetzt dreht sich das Ganze um. Dauert immer eine gewisse Weile, weil die Nachregelungsgeschwindigkeit vom ESS auf 400 Watt pro Sekunde begrenzt ist, um eben eine Netzzulassung zu bekommen und entsprechend in Deutschland auch zulassungsfähig zu sein. Und wir sehen, ungefähr 3000 Watt fließen jetzt in die Batterie rein. Also der MultiPlus versucht 3000 Watt abzugeben und abzüglich Wandlungsverluste kommt man dann bei der Batterie ungefähr noch 2,7 kW an. Also das ist an der Stelle auch ganz normal. So 5 bis 10 Prozent Wirkungsgradverluste hat man an der Stelle, je nachdem in welchem Leistungsrange man eben gerade fährt. Jetzt warten wir vielleicht nochmal ganz kurz, denn jetzt ist es so, da gibt es noch so eine Failsafe-Funktion von dem MultiPlus an sich. Denn wir haben den Wert ja jetzt einmal zugespielt. Und wenn der Wert ausbleibt für eine gewisse Zeit, das müsste irgendwie 1-2 Minuten maximal sein, dann sollten die MultiPlus auch wieder zurückregeln und berühren den Akku an der Stelle gar nicht mehr. Warten wir mal kurz an der Stelle, was passiert. Und wir sehen, jo, hat komplett runter geregelt auf 0 Watt. Steuerinformation hat gefehlt. Deswegen kommen wir wieder zu diesem Element, was wir vorhin schon definiert hatten und hier oben verwendet haben, dass der Wert, den man vorne anlegt, eben alle 30 Sekunden erneut gesendet wird. Das heißt, wir schmeißen den hier in die Mitte rein, connecten die drei Werte hier und verbinden das Ganze wieder damit. Und jetzt sagen wir einfach mal übernehmen. Wir wollen die Batterie mit 1000 Watt laden. Und wir tragen vielleicht mal hier ran, also 1000 Watt entladen. Dass es vielleicht ein bisschen deutlicher wird. 1000 Watt laden. So. Und die Leistung geht entsprechend wieder hoch und sollte auch auf diesem Niveau bleiben. Denn wir haben hier dieses Element dazwischen geschaltet, was diesen Trigger alle 30 Sekunden erneut weitergibt. Und jetzt gibt es auch noch eine spannende Möglichkeit. Da haben mich schon viele Leute gefragt, wie das Ganze funktioniert. Das mache ich hier mit dem letzten Beispiel, was ich euch zeigen möchte. Das ist im Endeffekt das gleiche Element wie hier oben. Nur hier drinnen haben wir bei Measurement Switch Position ausgewählt. Und mit dieser Switch Position kann ich eben die MultiPlus komplett einschalten. Das ist der normale Zustand. Und auch ausschalten, um dann beispielsweise den Beistrom zu sparen. In meinem Fall mit drei Zehntausender MultiPlus sind es knapp 120-130 Watt. Was das System kontinuierlich zieht, obwohl keine Leistung abgerufen wird. Und das summiert sich natürlich wahnsinnig krass hoch. Am Tag habe ich da oft irgendwie 3-4 Kilowattstunden einfach nur an Verbrauch. Für nichts und wieder nichts. Denn jetzt gerade im Winter ist es ja so, die PV-Anlage hat eh nicht genug Power. Und man kann die Batterien eh nicht vernünftig laden. Und in dem Fall macht es eigentlich auch Sinn, die MultiPlus auszuschalten. Auch wenn man nur in Anführungszeichen einen 5000er MultiPlus hat. Der zockt auch locker mal 20 Watt weg im Standby-Betrieb unter realen Bedingungen. Und diesen Verbrauch kann man sich an der Stelle einfach sparen, indem man die MultiPlus entsprechend ausschaltet. Man sollte es natürlich aber auch nicht übertreiben. Denn die Relais da drinnen sind auch nicht für hunderttausende Schaltzyklen ausgelegt. Bei mir ist es so, abends, wenn die Batterie leer ist, wird es eben ausgeschaltet, das ESS. Und am Morgen, wenn der PV-Inverter wieder Leistung zur Verfügung stellt, dann schalte ich die MultiPlus eben entsprechend wieder ein, damit die Batterien wieder geladen werden können. Und einen spannenden Modus gibt es auch noch, den Inverter-Only-Modus. Wenn ich nämlich den auswähle, dann wird AC-In getrennt. Das heißt, ich kann kontrolliert in einen Inselbetrieb übergehen. Ob es dafür jetzt einen Use-Case geben mag oder nicht, sei dahingestellt, aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, AC-seitig sich komplett abzukoppeln, um dann eben als Insel zu agieren. In dem Beispiel wollen wir uns einfach mal beschränken, die MultiPlus auszuschalten und dann wieder einzuschalten. Bevor wir die MultiPlus jetzt aber ausschalten, wollen wir die Leistung entsprechend auch wieder runterdrosseln. Denn aktuell wird die Batterie geladen und unter Last möchte ich die MultiPlus jetzt ungern ausschalten. Deswegen springen wir hier rein, sagen, jo, wir möchten wieder 0 Watt übertragen sozusagen in Richtung Netz und entsprechend regelt der MultiPlus auch wieder runter. Und jetzt können wir ihn in Anführungszeichen gefahrlos ausschalten, ohne dass die Relais groß belastet werden. Und jetzt klicke ich hier mal drauf. So, und tatsächlich, die Visualisierung springt an der Stelle auf OFF, das heißt, an der Stelle stimmt es mal wieder. Und wir können die MultiPlus mal wieder einschalten. Das dauert ein, zwei Sekunden. Dann hört man die Relais alle durchklackern. Alle sechs Stück müssten es gewesen sein. Also jeder MultiPlus hat ja zwei Relais auf AC-Inseite, die er dann eben aktivieren kann. Das ist eben der zentrale NA-Schutz, was eben ermöglicht, dass die MultiPlus eben auch eine Netzzulassung bekommen hier in Deutschland. Ich hoffe, anhand der Beispiele hat man jetzt relativ gut gesehen, wie einfach es ist, minusOS über Node-RED zu steuern auf der einen Seite und auch die Statusinformationen aus dem System eben abzurufen, um sie extern weiterverarbeiten zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne ein Like und abonniert meinen Channel. Und in ein paar Tagen geht es schon weiter mit dem nächsten Video. Dort gucken wir uns an, was passiert, wenn wir ein Update von minusOS machen und welche Plugins wir an dieser Stelle vielleicht neu installieren oder auch konfigurieren müssen. In dem Sinne, macht's gut, haut rein, bis bald!